VfB Stuttgart kann sich glücklich schätzen, das waren die Worte von Felix Brüch, das Spiel zwischen VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach endet 2 zu 2 und damit wichtige Punkte für den VfB, aber bitter, dass Gladbach nicht diese drei Punkte, um eben an den Champions-League-Plätzen anknüpfen zu können, bekommen hat. Ja, damit ein ganz herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Analyse und wir reden natürlich am Ende des Videos nochmal etwas genauer über diesen Elfmeter, aber schauen uns natürlich das Spiel insgesamt an, was meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr spannendes Spiel war und wirklich auf Augenhöhe. Man hat gesehen, was beide drauf haben, aber auch was beiden eben momentan fehlt. Schauen uns aber erstmal die Aufstellung an. Der VfB Stuttgart hat in seiner gewohnten Formation die typische 3-5-2-Formation oder 5-3-2-Formation auf jeden Fall mit Castro, Endo und Mangala das Mittelfeld gerüstet und auf die Außen wieder Stilas und Warner Sosa, der ein unglaublich gutes Spiel gezeigt hat. Bei Gladbach haben wir eigentlich auch keine großartigen Veränderungen gesehen. 4-3-3-Formation, Plär saß erstmal auf der Bank, Turam weiterhin gesperrt und hat auf jeden Fall auch sehr, sehr gut funktioniert, so was hier die Aufstellung angeht. Über den Elfmeter am Anfang brauchen wir, glaube ich, gar nichts zu diskutieren, sonst kommt viel zu spät am Mann und damit auch gerechtfertigt diese Elfmeter. Wo wir aber wieder hier etwas klären müssen, wäre die Zuteilung der Spieler bei Gladbach bei dem Gegentreffer, bzw. den Ausgleich von Gonzalo Castro. Und da hat man meiner Meinung nach ein bisschen falsches Stellungsspiel gehabt. Klimovic bekommt hier den Ball, lässt prallen auf Gonzalo, auf Gonzales und der spielt super weiter auf Außen, Sosa, der auch einen super Laufweg gemacht hat. Und jetzt seht ihr, dass hier in der Mitte dieses Viereck, das frei ist, wo meiner Meinung nach Ginter auf jeden Fall nicht aufgepasst hat. Wir spulen nochmal ein bisschen zurück. Und da haben sich alle drei Spieler, Leiner, Kramer und Ginter, zu sehr auf Bruno Sosa konzentriert und auf seine Flanke. Und ganz vergessen, dass eben ein Gonzales hinter Ginter reingelaufen kommt, bzw. Kramer hat übergeben, aber Ginter nicht übernommen. Das war auf jeden Fall eine Aufgabe der Viererkette, bzw. der zwei Innenverteidiger. Und das hätte sicherlich verhindert werden können. Aber starker Kopfball und ja, auch von Gonzalo Castro, äh Gonzales, sorry, ein sehr, sehr gutes Spiel an diesem Abend. Was mir außerdem sehr gut gefallen hat, war die Rolle Zacharias bei Borussia Mönchengladbach. Ich habe sehr oft bemerkt, dass Stindl und er sich so ein bisschen die Position gewechselt haben. Und somit Stuttgart erstmal schauen musste, wer übernimmt, wer gibt ab. Das war erstmal ganz nice zu sehen. Ich glaube auch beim 2 zu 1 war das perfekte Beispiel. Ich glaube Marco Rosa hat ihn auch wirklich so gesagt. Du hast die Möglichkeit, du musst nicht unbedingt, aber du hast die Möglichkeit, dort eben dann die 9er Position zu übernehmen. Wenn Stindl sich fallen lässt, hat ja gut geklappt, das 2 zu 1. Ich glaube, hat auch Top Speed an diesem Abend geschafft. Mit 35 irgendwas noch, KMH und auch hier ein exzellenter Tor. Ein exzellentes Tor von Borussia Mönchengladbach rausgespielt. Super in den Lauf. Und ja, Zacharias ist denke ich mal jetzt wieder back. Und auf jeden Fall eine weitere Hilfe für Borussia Mönchengladbach. Ja und last but not least natürlich der Elfmeter. Ich glaube, alle Diskussionen sind momentan unnötig, da die Person selbst, die es entschieden hat, und zwar Felix Brüch, schon gesagt hat. Ich zitiere hier Felix Brüch. Er sagt, es ist eine komplexe Szene. Der Kontakt unten ist uns leider verborgen geblieben. Heute kann Stuttgart mit dem Elfmeter glücklich sein. Von daher denke ich, dass wir jegliche Diskussion hier erstmal außer Acht lassen können. Was wir aber sagen können, ist, dass es eben nicht diese Fehlentscheidung war und damit Bibiana Steinhaus gar nicht eingreifen hätte müssen. Und das am Ende zu keinem Ergebnis, zu keinem Elfmeter geführt hätte. Wiederum sage ich aber, dass es dieses typische Thema wie AR ist. Ich glaube, alle Gladbacher Fans können sich auch natürlich glücklich schätzen, letztes Jahr gegen Bayern München einen Elfmeter bekommen zu haben und somit das Spiel zu gewinnen. Also es gibt immer Gewinner und Verlierer des Videoassistenten. Von daher, ich bleibe immer noch dabei. Fußball ist leider manchmal Pech, manchmal Glück. Und wir haben wieder so einen Abend gehabt, wo eben Stuttgart meiner Meinung nach hier auch wirklich einen Unentschieden verdient hat. Und am Ende, ob es jetzt dieser Elfmeter gewesen war oder hätte vielleicht eine andere Situation zu einem Unentschieden geführt. Ich habe hier von meinem Unentschieden als sehr fair empfunden. Nichtsdestotrotz darf so eine Fehlentscheidung nicht sein. Der Videoassistent muss sich weiterentwickeln und nicht rückbilden. Wir können einfach nicht stehen bleiben und immer die gleichen Fehlsituationen haben. Wenn er etwas länger braucht, um das Ganze zu betrachten, dann nimm dir die Zeit. Aber entscheide richtig, dann aber so halbwegs zu sagen, ja, ich habe diesen Kontakt leider nicht gesehen, ist meiner Meinung nach ein bisschen falsch. Da wir stehen ja mehrere Leute bei diesen Videoassistenten hinter dem Bildschirm und müssen eben solche Sachen sehen. Da kann ich einfach Lothar Matthäus in der Endanalyse kurz mal das Ganze hier nochmal zeigen und nochmal den Fehler deutlich machen. Das darf eben nicht sein. Ich glaube, das ist mein Standpunkt. Die Bilder habt ihr alle gesehen. Ja, Benzibaini hatte seine Arme um seinen Bauch, um die Brust. Und das ist eigentlich, in normalem Fußball, wenn sich alle Eckbälle nochmal genauer betrachtet, passiert das sehr oft. Ein Greifen, ein Ziehen, was auch immer. Trotzdem, finde ich, haben die Hände dort nichts zu suchen. So ist halt die Sicht für mich, dass eben Benzibaini ihn runterzieht, wenn man nicht unbedingt auf die Füße von Anton achtet. Und ja, strittige Szene. Ich glaube, ja, die drei Punkte wurden auf jeden Fall von Gladbach geklaut. Glücklich aber für Stuttgart, da ein Unentschieden auf jeden Fall für mich fair war. Ihr seid natürlich in den Kommentaren gefragt, eure Meinung zu der Szene, Elfmeter, eure Meinung zum Spiel allgemein. Ich glaube, ihr habt auf jeden Fall ein gutes Spiel gesehen. Und dann verabschiede ich mich auf jeden Fall von euch. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Abonnier nicht vergessen, wenn ihr neu seid. Und dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Video. Ich war euer Amit.